Stimmt es, dass du freiwillig hier bist? Nein! Völlig falsche Antwort, Mann! Du bist mit der Mami hier oder mit der Oma? Mit der Oma. Genau, ich bin gemeinsam mit dem Auto gefahren, oder? Ja. Genau, du hast die meiste Zeit geschlafen, meine ich mich. Nein. Nein? Dann war das ich, oder? Ja. Du bist geboren für die Bühne, wirklich, du bist gut. Bist du aufgeregt? Möchtest du mal die Jungs kennenlernen? Schau, das ist der Albert, sag einmal Hallo. Das ist der Albert, hallo. Ah, das ist der Albert, ok. So, möchtest du die anderen nachdenken? Spürst du bitte unter Malung, dass er nicht so aufgeregt ist? Das heißt, die anderen Jungs kennenlernen? Ja, das ist der Dominik da drüben. Dann der Posame, der freut sich auch, die kennenzulernen. Das ist der Elio, servus, grüß dich gut. Das ist der Josef, schau. Ja. Das ist Thomas Vollhammer. Da schau, der G ist ein Ziggywanger. Der gefeiert sich von einem Menschen sichern. Man kennt ja nur mich. Das ist der Perner, der hat schon zwei Kinder. So, gut. Vielen Dank, dass du da verspricht. Vielen Dank.